Wann sollen wir diese Besprechung machen? Ich glaube, wir brauchen ein Doodle. Doodle nämlich, das ist ein Online-Tool, um Termine zu vereinbaren und kleine Online-Umfragen durchzuführen. Das ist sehr praktisch, wenn Sie wie ich eine Besprechung mit Ihren Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern anbahnen oder den Folgetermin für ein Seminar mit Ihren Teilnehmerinnen vereinbaren wollen. Wie funktioniert das? Sie tragen in Doodle Datum und Zeit ein, schicken die Terminvorschläge per Link Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und diese bestimmen mit ein paar Klicks, wann der Termin stattfinden soll, indem Sie bekannt geben, zu welchen Terminen Sie können, zu welchen Terminen Sie sich, wenn es sein muss, Zeit nehmen würden und zu welchen Terminen auch nicht. Weniger bekannt ist, dass sich Doodle auch eignet, um die Anmeldung zu Einzelterminen online durchzuführen. Beispielsweise, wenn Sie Beratungsgespräche ausmachen wollen oder einzelne Termine wie Sprechstunden vereinbaren wollen. Wenn es darum geht, die inhaltliche Schwerpunktsetzung Ihres nächsten Kursmoduls festzulegen und abzustimmen, dann können Sie mit Doodle auch eine kleine Online-Umfrage durchführen. Das ermöglicht, dass Sie aus der Ferne und in relativ kurzer Zeit die Lernbedürfnisse Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen und auch in die Kursplanung einbeziehen können. Vermutlich kennen viele von Ihnen Doodle schon, auch wenn Sie es vielleicht nicht im vollen Funktionsumfang nutzen mögen. Greifen Sie einfach auf unsere Anleitung zum Ausprobieren zurück oder suchen Sie sich in YouTube ein aktuelles Video-Tutorial für Doodle, das Ihnen weiterhilft. Aber achten Sie darauf, dass Ihnen dieses Tutorial auch tatsächlich die aktuellste Version von Doodle erklärt. Denn, wenn Sie nach solchen Tutorials suchen, sehen Sie sehr schnell, was es mit der Halbwertszeit des Wissens im Internet auf sich hat. In diesem Sinne, los geht's. Viel Vergnügen beim Ausprobieren von Doodle. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020